Musik Hallo und herzlich willkommen! In diesem Lernvideo erkläre ich dir anhand der Zeichnungen, wie du einen Parsen-Rassel-Terrier rassetypisch im Salonalltag pflegst und wünsche dir viel Spaß beim Lernen. Musik Zusätzlich zu der rassetypischen Pflege zeige ich dir in einem weiteren Video, wie du einen Parsen-Rassel-Terrier pflegen kannst, wenn er nicht oder nur teilweise trimmbar ist. Musik Ein kleiner Tipp, um schnell und unterstützend auf die Informationen zugreifen zu können, findest du nach dem Lernvideo die zusammenfassenden Lernunterlagen des Parsen-Rassel-Terrier. Musik 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 Musik